Das Gardena Smart System ist das komfortable, appgesteuerte System für die automatisierte und intelligente Gartenpflege. Eine Vielzahl smarter Produkte und Funktionen sorgt dafür, dass dein Rasen jederzeit perfekt gemäht und deine Pflanzen optimal bewässert werden. In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen Rasen mithilfe des Smart Systems optimal pflegst. Dabei helfen die intelligenten Smart Silenomäeroboter von Gardena mit einer Vielzahl an hilfreichen Funktionen. In der Gardena Smart App kann dein neuer Roboter ganz einfach hinzugefügt werden. Der Installationsprozess wird dabei Schritt für Schritt erklärt. Anschließend kannst du mithilfe des smarten Assistenten mit wenigen Klicks den optimalen Zeitplan für das Mähen einrichten, beispielsweise um Kindern nachmittags ungestörtes Spielen im Garten zu ermöglichen. Und zum Schutz von unseren nachtaktiven Freunden kannst du das Mähen ganz einfach auf Tageslichtzeiten beschränken. Das einzigartige und innovative Feature der Smart Mähroboter ist Lona Intelligence. Lona erstellt automatisch einen Grundriss deines Rasens, den du mit deinem Smartphone in verschiedene Zonen unterteilen kannst. So lassen sich bestimmte Bereiche deines Rasens häufiger mähen als andere, weil dort zum Beispiel der Rasen schneller wächst. Zusätzlich dazu kannst du sogenannte Sperrzonen einrichten. Damit kannst du bestimmte Teile deines Rasens beim Mähen auslassen, um dort vielleicht für einige Zeit eine Blumenwiese wachsen zu lassen. Und mit dem Location Tracking kannst du jederzeit sehen, wo sich dein Roboter gerade befindet. Dies kann vor allem in größeren und unübersichtlichen Gärten hilfreich sein. Du kannst übrigens deinen Rasen nicht nur smart mähen lassen. Das Smart System lässt sich ganz nach Bedarf im Laufe der Zeit beliebig um weitere Smart-Produkte erweitern, um beispielsweise den Rasen oder gleich den ganzen Garten auch smart zu bewässern.